Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das müsste sein Denn nach Deadpool kommt als neuer DLC-Charakter jetzt Venom Leider nicht jetzt, sondern scheinbar erst am nächsten Mal Legendäre Helix und Infospeicher, das hört sich doch sehr gesund an Eine legendäre Blaupause mit Magic Magic und Wanda oder was? Ja Da brauchen wir Spiderman am nächsten Mal Okay, okay, okay Zerstöre die Hydra-Geräte Die Versteckung wird mit jedem zu stärker Hier wird überhaupt nichts mehr gezündet Rote Kiste Umgebungsangriffe Die gute Magic wird anvisiert Konzentrier dich einfach darauf, die Bomben zu zerstören Gegen Hydras riesige Armee hast du keine Chance Damit sehe ich kein Problem Du warst zur Schwachtel diesen Kampf So, dann wollen wir mal so ein Flugfeld reinhauen So, der komische Tyler So, die haben noch volle Gesundheit Deswegen stirbt der hier jetzt So, die rote Keycard kriegen wir mal eben so Sehr gut Greifen gegeneinander Oh, der dritte Spiel ist doch immer mal Oh, der dritte Spiel ist doch schön Es erfüllt seinen Zweck Oh, nice Das ist schon nice Verbanden brauchen wir nun wirklich nicht So, Problem ist jetzt bekommt Uh, da ist auch noch einer Das macht nix Es ist Zeit Es ist Zeit Nur ein Panzer Silatins Ich überbringe ja nur ungern schlechte Neuigkeiten Aber sieht aus als hättest du ein neues Problem Deinen Gefallenen Sind das alle? Wenn jetzt einmal verwundbar auf den gefallenen Sabertooth an der Jabanero Fall Natürlich gut Das muss ausreiten Reicht nicht Das ist eine interessante Technik Ja, und der Typ ist halt weg Ja, und der Typ ist halt weg, ne? Das hat sogar ein Verbindete in der Nähe von Wunder am Ende des Zugs Eine Resistenz und Stellen Gesundheit wieder her Okay Es wäre ja smart, das Portal so zu machen, ne? Jetzt kommt erst mal Sabertooth Erinnere mich daran, das nächstes Mal zu vermeiden Kugelblitz Oh, sie ist verwundet Halt, ich kann nicht auf den Zettel Aber einen Gruppensturz kann ich jetzt machen Das ist das Beste, was ich für den Zufall Irgendein Problem mit Wanda? So, Helden-Kombo Wir können den töten Oder den hier Völlig übertrieben Meine Bestimmung Sag mal Ja, mach klar Dass dir jetzt mal irgendwann ein K.O. geht, ne? Schließ nicht unseren Kampf an Okay, jetzt wird es doch ein bisschen unangenehm Zumal ich ja jetzt auch keine Wanderkarten habe Sie greifen alle Magic an Nice Schade, sind alle zu krass aufgeteilt Ernsthaft? Ja, das ist scheiße Deine Mutter verlässt dich Das war unangenehm knapp Willkommene Hilfe Willkommene Hilfe Wanda kann da auch noch mit rein Wanda kann da auch noch mit rein Ja, das ist schon mal sehr gut Ja, das ist schon mal sehr gut Das behalten wir Heilen behalten wir auch Ja Widerstanden Ja, und gleich zurück schlagen Geschwächt Ich hege immer einen Groll Ich denke nicht, dass wir schon fertig sind Genau, teilt euch doch nochmal Schade Ich habe euch geschmeichelt von so viel Aufmerksamkeit Ihr könnt euch alle gemeinsam Lilith anschließen Ich bin beeindruckt Ich bin beeindruckt Und wieder fallen Liliths Diener Ich bin beeindruckt Ich bin beeindruckt Dein Schicksal ist besiedelt So, mehr geht jetzt auch nicht, ne? Ne Außer nochmal ein Portal erschaffen Ich habe aber keinen Helden Fast die Heilung wieder runter So, es kommen nur noch einfache Hunde Dafür, dass es stärker werden soll Selbstzahlenmäßig überlegen seid ihr nichts gegen mich Ich bin beeindruckt Ich bin beeindruckt Das war auch ziemlich toll Ich bin beeindruckt Ich bin beeindruckt Geh zurück zu deiner Mutter. Das könnte mächtig sein. Machen wir mal eben so. So, dann kann ich ja jetzt anfangen die Relais zu zerstören. Hat sie keinen Konter mehr? Schade. Mehr von ihnen sind unterwegs. Das ist perfekt. Sie haben ihre Konzentration noch nicht verloren. Schade. 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 in deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Das sollte reichen. Eine Bombe weniger. Aber noch bist du nicht über den Berg. Das wird dir nicht gefallen. Na, das war ja was. Oh, der explodiert sofort am Anfang der Runde. Nice. Das ist geil. Und tot. Also Wanda gefällt mir ganz gut. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihr Selbstvertrauen nicht erschüttert. Ich habe kein Konter mehr, ne? Sie scheinen auf mich fixiert zu sein. Die Zeit ist knapp. Du bist stark. Genau wie in den Geschichten beschrieben. Falscher geht nicht, okay. Dir ist wohl nicht klar, in welchen Schwierigkeiten du steckst, Kumpel. Was war das jetzt? Achso, hat sie sich jetzt selber geheilt? Oh, nicht schlecht. Ich habe keinen Angriff. Ich habe einfach keinen Angriff. Ja, immer schon auf Hunter. Wir haben die Oberhand. Jetzt steckst du in Schwierigkeiten. Jetzt steckst du in Schwierigkeiten. Lass ein paar für uns übrig. Wieder eine vereitelte Hydra-Operation. Ich liebe diesen Satz. Ja, nice. Magic. Boah, Venom, glaube ich, fügt sich ganz gut ein bei uns. Boah, ich hoffe, er ist Tank. Also, ich hoffe, er ist richtig tanky. Schließe viel mit dem Skullet Witch ab. Nice. Haben wir das nämlich auch. Ich müsste noch mit Agatha weiterhin schnacken. Haben wir Nachrichten? Buch Club. Er nimmt den da oben einfach nicht. Er nimmt ihn einfach nicht. Oh. Das sieht gut aus. Das war natürlich kein Sinn, das da oben zu nehmen. Wie habe ich denn das jetzt angeschaut? Einfach angeschaut, okay. Schauen wir mal das hier an. Nein, ich komme da einfach nicht mehr ran. Da ist meine wilde Charlie. Wilde Charlie. Und da ist Gloss. Und ja. Da gucken wir mal eben ein bisschen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Nach Farben etc. So. Der Gedankenbäuer kann weg. Fesseln des Feuers kann einer weg. Ach, das mache ich in Ruhe. Das ist ja nicht so schön anzuschauen hier. Aber. Klamotte können wir gucken. Tech Archie. Ach, das ist das, was Ding jetzt anhat. Was Magic anhat. Mit mir jetzt eine Herausforderung. Die fehlt uns ja noch mit einigen. Ich muss Deadpool jetzt wirklich mal anders machen. Back to the Roots. Back to the Roots, komm. Ich denke, da können wir noch schlafen und unseren Krams machen am nächsten Tag. Ich denke, das ist ein guter Plan. Schmiede und central. Robbie. Sind dir hier irgendwelche Rampen aufgefallen? Vielleicht eine rampenähnliche Platte aus ebenem Gestein? Irgendwie angeschrägt? Wozu? Ähm, ich will mit dem Hellride über die Abtei sprengen. Ich kann dir nicht helfen, aber ich kann kaum erwarten, das Resultat zu sehen. Ja, ja, keine Unfälle. Vertrau mir doch ein bisschen. Hm, ich gehe das falsch an. Glaubst du, Carol würde mitmachen? Vielleicht. Wenn jemand ein Auto über die Abtei feuern kann, dann sie. Hey, Charly-Wally-Hündelein. Charly-Wally. Ich wusste doch, dass Blaze am Ende zur Vernunft kommt. Hinter meiner Maske verbirgt sich ein Ausdruck tief... Sanfte Heilung mal wieder. Also für Wolverine... Entweder gibt es für Wolverine keine Karten mehr oder ich bekomme sie einfach nicht. Wenn jetzt mal Schwächung an. Die nächsten zwei Umgebungsangriffe kosten null. Heldengut verursachen Schaden plus zwei Manöver. Top. Direkt die Opportunist-Plus-Karte. Dementsprechend können wir jetzt... Wen können wir denn jetzt hier hinschicken? Das ist ein Level 23. Niemand. Skat ist verletzt. Läuft ab in zwei Tagen. Gut. Dann muss ich mal wieder Leute leveln. Wollte ich aber eigentlich über ein Dingens machen. Über Missionen. So, ein Kampfbonus zur Wanders Toppy. Machen wir Sparring mit Spider-Man. Der kommt ja eh mit. Du weißt ja, was man über das Üben sagt. Steigere das Level um eins. Ich versau dir auch nicht das Gesicht. Deadpool 22. Perfekt. Übung macht den Meister. Ich glaube, wir haben für jeden etwas. Ziel hat Blocken ist halt nicht schlau, weil wir es nicht brauchen. Geworfenes macht mehr Schaden. Ziel wurde bereits getroffen. Und da hat es Initialschaden. Da hat es Lebensraub. Der Gegner wird immer stärker. Wir müssen es ihm gleich tun. Mach dir keinen Stress. Eine falsche Antwort gibt es nicht. Ich glaube, das wird noch nützlich sein. So, Spider-Man wurde auf jeden Fall erstmal ausgestattet. Und ich denke, dann können wir dann dazu noch den Käpt'n mitnehmen. Pyra hat jetzt keinen Bock mehr auf mich. Okay. Das sollte erstmal reichen. Es ist nicht viel, aber ich konnte ein paar Details verankern. Will ein Helden aus. Generiere eine Kopie jeder ihrer Karten in deinem Blatt. Lege dann den Rest ab. Dann haben wir jetzt hier noch meisterliche Konzentration. Fluch kanalisieren. Und dann ist die Forschung auch abgeschlossen. Das gehört zu meinen besten Arbeiten. Gewährt Hunter-Karten auf der Hand kritisch. Für zwei Züge sind alle Hunter-Karten kritisch, wenn sie gezogen werden. Zurückwerfen schnell. Oh! Noch eine magische Mystery-Box. Wenn ich bedenke, dass ich früher fühlende Zukunftstack entwickelt habe. Die Heilenkarte ist nice. Lege alle Hunter-Karten ab. Ich brauche das hier, glaube ich, nicht. Aber das ist interessant. Und das ist ganz interessant. Kannst jemanden heilen und danach dafür sorgen, dass er zweimal keinen Schaden kriegt? 250 Credits brauche ich. Das ist doch scheiße. Bis später. Later. So, wollen wir mal eben gucken. Das muss das sein. Das muss das sein. Ich weiß nicht, was das sonst sein soll. Machen wir beim nächsten Mal. Bis dann.